Ach, ist sehr cool, der Renault 12 TS Automatik, das ist ein geiles kleines Auto, das könnte die originale Farbe sein, das Gelb. Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen, also sicher seit 30 Jahren habe ich keinen Renault 12 mehr gesehen, so richtig cool, richtig vintage, wahrscheinlich sehr lange irgendwo gestanden, so einfach verbaut, Motor habe, die gegen hinten auf geht, das Automatik, effektiv, der hat einen Automatikriegel drin, ja. Der Kleinwagen der 70er Jahre, denke ich mal. Absolut geil mit dem Tank hinten, die Form ist schon so cool. Da haben die Franzosen schon Mut gehabt und Designs gemacht, spezielle Designs. Gerade in diesem Kleinwagen da, das ist doch unschlagbar, wirklich voll cool. Irgendwie noch ein bisschen aerodynamisch sogar. Nicht wie heute war, dass mir der Computer gezeichnet wird. Da hat er noch nicht mal einen rechten Außenspiegel, der hat nur links, aber dafür verkromt. Cooles Teil. Wie schon bist du da hat. Es gibt eine Wäldener man, deine Kleinsvertrag, die Bimperin, zur Öffentlichkeit wird